hallo leute ich grüße euch ja eigentlich wollte ich gerade noch kurz zu meinen bienen und hätte euch auch gerne ein paar schöne aufnahmen gemacht heute morgen hatte ich besuch vom kamerateam von wdr lokalzeit das video dazu seht ihr wahrscheinlich irgendwann nächste woche auf wdr lokalzeit dortmund und mein video was ich heute gedreht habe zu dem thema was die mich wiederum gefilmt haben das seht ihr noch diese woche wahrscheinlich ja jetzt wollte ich gerade zu meinen bienen und schaut mal was dahinter ist da seht ihr das da hing gerade hier schön im busch hing ein bienenvolk vermutlich von mir nehme ich mal an würde sich ja anbieten obwohl ich alle völker durchgeguckt habe aber ich bin ganz ehrlich ich hatte mir letzte tage so was von den rücken verknackst ich konnte kaum laufen und dementsprechend war ich wahrscheinlich einmal zu wenig bei meinen bienen hier das gartencenter hier nebenan da war auch bei facebook schon irgendeine mitteilung dass da wohl ein bienenschwarm eingefangen wurde vermutlich auch von mir nehme ich mal an es gibt jetzt war noch ein paar andere imker drumherum aber wenn ein bienenvolk hier abhaut dann kann es sein dass die anderen ja auch irgendwo was ja unsinn gemacht haben gut dieses volk habe ich haben wir gerade aus zufall gesehen ich hatte kurz besuch von einem befreundeten imker dem jan und wir haben uns hier so unterhalten und dann hat er das da im im busch hängen sehen das volk und dann haben wir das jetzt mal eben schnell eingefangen bzw ihr seht ja die hängen da noch schön am rand der deckel oben ist ein bisschen auf da können die jetzt gleich rein wandern wenn die königin da sein sollte ja und ansonsten habe ich da jetzt jede menge kisten mit irgendwelchen ablegern schwärme und so weiter da stehen also eigentlich wollte ich mich ja verkleinern und jetzt bin ich wieder voll ausgelastet ich glaube jede kiste von mir ist im moment irgendwo in beschlag und ich weiß nicht ob das mit der schwarm saison jetzt schon zu ende ist ich vermute nicht naja da dürfen sich dann andere imker drum streiten über die um die ganzen schwärme ich guck mal dass die bienen jetzt hier gleich noch in ruhe einziehen und rein bienen technisch sehen wir uns dann halt beim nächsten mal wieder gibt jetzt hier gerade noch ein bisschen so zu tun für mich und ihr könnt ja gerne mal nächste woche irgendwann wdr lokalzeit schauen da wird es mich sicherlich dann mal zu sehen geben schöner beitrag und mein video dazu kommt auch die nächsten ein zwei drei tage online da seht ihr was ich da gebaut habe und bleibt einfach dran abonniert mich doch auch mal auf facebook dann bekommt ihr auch alles mit was so nebenbei noch läuft und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut ciao ciao